Moin Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußballpodcast aus Rostock. Erfrischend, ehrlich, von der Ostsee. Moin, liebe Leute, wir schreiben den Dienstagabend nach dem Pokalkrimi in Frankfurt. Und Tobi und ich sind wieder unter uns nach, ich glaube, sechs Folgen mit einem Gast. Tobi, kannst du das bestätigen? Boah, das ist schon so lange her. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Aber das letzte Mal ist auf jeden Fall, also locker schon ein Monat her, oder? Ja, mehr, mehr, glaube ich. Und das ist die 40. Folge, unsere Jubiläumsfolge. Ich glaube, das letzte Jubiläum, was wir so richtig gefeiert haben, war damals mit Holger Pfand, oder? Zehnte Folge, glaube ich. Ja, genau. Also 40 ist auf jeden Fall eine coole Zahl. Darauf ruhen wir uns natürlich nicht aus. Wir sind weiter hungrig. Und mal gucken, wer denn der Gast zur 50. Folge sein wird. Da können wir uns ja dann auch schon mal Gedanken machen. Die nächsten Tage und Wochen, oder? Also, dass wir da nochmal irgendwie einen coolen Gast ans Mikro bekommen. Und die letzten Tage, oder man kann ja fast sagen Wochen, ist auch einiges bei uns passiert. Deswegen wollen wir das heute so ein bisschen sortieren und starten vielleicht mal mit dem letzten Freitag. Und zwar waren Tobi und ich, einige haben es mitbekommen beim Abschusstraining von Hansa Rostock. Ja, konnten danach noch mit Rossi ein bisschen quatschen, haben ihm unseren Sweater überreicht. Tobi, wie war es für dich? Ja, war auf jeden Fall mal wieder eine coole Erfahrung. Training ist dann halt doch immer noch was anderes als ein Spiel. Ich glaube, wir haben beide so ein bisschen die Dynamik im Training beobachtet. Das war echt spannend. Da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wer so seinen Mund aufmacht im Training, wer vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist. Gerade so in puncto Neuzugänge haben wir dann auch gesehen, dass zum Beispiel in Sabri Singh halt noch relativ ruhig war. Das war auch so unsere Beobachtung. Du kriegst halt so ein paar Sachen mit, die du jetzt vielleicht im Stadion nicht so mitbekommst, weil es natürlich durch die Atmosphäre auch deutlich, deutlich lauter ist. Und ja, war cool. Das fand ich, war eine intensive Einheit dafür, dass es dann quasi zwei Tage später dann im Pokal nach Frankfurt ging. Wie waren deine Eindrücke vom Training? Ja, wir haben ja natürlich zwischendurch immer mal vorbeigeschaut, aber waren, glaube ich, das erste Mal so richtig für eine längere Zeit dort. Hat natürlich auch den kleinen Auftrag, noch so ein bisschen auf Rossi zu warten. Also ich finde auch, dass es super spannend war, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen beziehungsweise dann auch mal zu sehen, was trainiert wird. Soweit ich mich erinnern kann, ist jetzt noch gar nicht so lange her. War es ja sehr spielformlastig. Also man hat sich schon auf Frankfurt auch eingestellt, auf kleinerem Feld gespielt, sich praktisch auch daran gewöhnt, wie das ist, wenn ein Gegner hinten drin steht und man wenig Räume hat und es wurden Standards eingeübt. Und von denen hatten wir am Sonntag auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich wollte gerade sagen, wenn man sich so die Statistik anguckt, glaube ich, 20 Ecken, das wirst du in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht so oft haben. Es sei denn, du dominierst vielleicht meine Mannschaft so krass zu Hause, aber das glaube ich auch nicht. War spannend. Es sind auch gar nicht so viele Tore nach den Standardsituationen gefallen, sowohl in Frankfurt als auch im Training. Wie war denn so dein Gefühl danach, als du denn Rossi zum ersten Mal persönlich kennengelernt hast? Man hat da wirklich so ein bisschen gequatscht, als würde man sich schon eine Weile kennen. Ich meine, gut, wir haben bei Instagram auch ein bisschen geschrieben, aber auch in einer überschaubere Regelmäßigkeit. Wir wollten mir jetzt auch nicht groß auf die Nerven gehen. Auf dem Kunstrasenplatz waren ja ein paar Kiddies bei der Fußballschule, glaube ich. und die standen natürlich ganz aufgeregt am Zaun und wollen natürlich auch die Ersten sein, um sich ein paar Autogramme abzuhaschen. Und du hast ja dann auch gleich so ein bisschen Flashbacks gehabt zu früher, wie du dann irgendwie zusammen als kleiner Bub mit den Spielern ins Stadion eingelaufen bist oder vielleicht auch mal beim Training zugeschaut hast. Ja, absolut. Als die Kiddies da standen, dann hat man sich wirklich wieder wie so ein Sechsjähriger oder Fünfjähriger gefühlt. Ich meine, das ist halt auch geil so als Kind. Du siehst deine Idole da trainieren. Es war ja wirklich relativ überschaubar. Ich weiß nicht, fünf, sechs andere Erwachsene, hätte ich jetzt noch gesagt, waren am Start und halt die Trainer von den Jungs. Und das macht natürlich was mit dir. Und es war ja so süß, wie sie dann alle geschrien haben, Pröger, Pröger. Und dann auch so diese, weiß ich nicht. Oder mit Kolke, ja. Mir wurde der eine dann irgendwie lauter, genau, Kolke. Und dann haben die halt auch so süß zurückgewunken. Ich finde, das ist cool und für die Kinder natürlich ein absolutes Highlight. Aber um nochmal aufs Training zurückzukommen, fand ich ehrlich gesagt auch spannend. Gerade so die Trainingsformen, beziehungsweise auch so die Spielformen, die sie halt gemacht haben. Dann mit den drei Mannschaften, die immer getauscht haben. Wenn halt ein Tor gefallen ist und so, jetzt nicht zu viel Intensität reingebracht. Klar, zwei Tage vorher, aber ich finde, dafür war das schon eine ordentliche Einheit, so muss ich sagen. Und ja, mit Rossi hast du es auch gerade richtig gesagt. War krass. War eine Riesenehre. Rossi, super, super angenehmer, entspannter Typ. Du konntest mit ihm locker über so viele Themen, sage ich mal, schnacken in der kurzen Zeit. Und es ging das Wochenende ja fleißig weiter. Ich habe dann noch einen kleinen Besuch beim Rostocker FC abgestattet, die im Ostseestadion gegen den 1. FC Heidenheim gespielt haben im Pokal. Ich kann ja mal ein paar Worte dazu verlieren. Ja, gerne. Hau raus. Sehr, sehr souverän. Also 8 zu 0 hat Heidenheim gewonnen. Ich konnte dann nach dem Spiel ein bisschen mit Kevin sprechen, wobei es war ähnlich wie bei Rossi. Es war gar nicht so einfach, an Kevin ranzukommen. Dann hat er doch noch mal Zeit für mich gefunden. Konnten wir auch so ein bisschen über das Spiel sprechen. Die haben schnell 3 zu 0 geführt. Es war schon eine ordentliche Stimmung. 3.500 waren am Ende da auf der Westtribüne. Natürlich der Großteil vom Rostocker FC oder generell eben aus Rostock. Ja, war natürlich spannend zu sehen, weil Kevin meinte, für die war es auch wichtig. Natürlich vernünftig in die Saison reinzukommen. Die starten jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg. Da habe ich schon spaßenshalber gesagt, er soll Maxi Arnold ganz lieb von uns grüßen. Und ja, die haben schon mit der Truppe gespielt, mit der sie wahrscheinlich dann auch starten werden am Samstag. Gar nicht so viele Veränderungen. Also schon die Truppe, mit der sie auch aufgestiegen sind. Kevin hatte jetzt nicht besonders viel zu tun, wobei RFC gerade in der zweiten Zeit dann doch schon ein bisschen mutiger wurde. Ich glaube, die hatten ein, zwei Torschüsse. Für den Ehrentreffer hat es am Ende nicht gereicht. Aber Torschüsse oder Torschüsse? Also Torschüsse ist ja mittlerweile teilweise auch, wenn er irgendwie in die Richtung geht. Ja, also Kevin musste auf jeden Fall keinen halten. Zumindest nicht mit den Händen. Also es ging ein, zwei Bälle Richtung Tor. Die sind dann mal durchgebrochen. Ja, auch durch gute Aktionen. Gerade wenn man halt eben als Favorit vielleicht ein bisschen höher steht. Aber wie gesagt, dass Kevin da jetzt Bälle abwehren musste, das war nicht der Fall. Heidenheim hat ein Heidenheim-Spiel gemacht. Also die haben da keine Bäume ausgerissen. Viele Flanken über außen. So ein bisschen auch, was wir, glaube ich, gegen Frankfurt versucht haben. Und haben die Dinger dann einfach gnadenlos reingemacht. Und es bleibt spannend, wie Heidenheim in die Saison startet. Hoffentlich genauso gut wie Hansa. Wie hat denn eigentlich Kevin reagiert, als er das Shirt bekommen hat? Habt ihr da irgendwie nochmal über das Motiv gesprochen? Beziehungsweise generell? Oder war das wirklich ein Gespräch, was vorrangig irgendwie über das Spiel... Ja, wir haben viel mehr über das neue Hansa-Trikot gesprochen, was ich ja dann anhatte. Er hat das auf jeden Fall auch gefeiert. Meinte richtig, richtig geiles Motiv mit dem Camouflage und so weiter. Was halt witzig war, ich kann ja mal aus Nähkästchen plaudern. Es waren so ein paar Jungs da, die gerne ein paar Klamotten von Kevin gehabt hätten. Ob jetzt ein Shirt oder ein Pulli. Das tat ihm in der Seele weh. Das hast du ihm angemerkt, dass er dann meinte, nee, Jungs, ich kann da leider nichts machen. Ich habe wirklich nur das, was ich gerade anhabe. Und ich kann jetzt nicht oberkörperfrei nach Heidenheim zurückfahren. Und dann habe ich so ein bisschen in dem Moment abgewartet. Und habe ihm dann praktisch das Shirt überreicht. Und meinte, Mensch, jetzt hättest du die Chance, unser Shirt anzuziehen. Und die Heidenheim-Klamotten dann praktisch weiterzugeben. Da musst du dann nur schmunzeln. Fand er cool. Auch sein Style hat sich bestätigt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Er hat in der Folge so ein bisschen erwähnt, dass er eher leger unterwegs ist. Lässige Sneaker, kurze Hose. Ein Hoodie hat er angehabt. Sein Cap. Ich glaube, jetzt kann ich mich nur in die Scheiße reinreiten. Es müsste eine Football-Mannschaft gewesen sein, glaube ich. Irgendwas NFL-mäßiges habe ich auch in dem Beitrag entnommen. Ja, aber es ist doch sympathisch. Also ich meine, gut, direkt nach dem Spiel, dass der sich da jetzt keinen Anzug anzieht. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand. Aber ich finde, das beschreibt dann doch Kevin ganz gut. Oder wie wir ihn kennengelernt haben als bodenständigen Typen, der irgendwie immer versucht, Zeit zu finden beziehungsweise halt auch uns als kleineren Podcast irgendwie angenommen hat, was halt auch nicht selbstverständlich ist. Ja, was mir aufgefallen ist, auch wie er wieder mit den Jungs da gesprochen hat. Also ich meine, gut, der ist jetzt hier nicht Ende 30 oder sowas. Also hat ja schon auch natürlich durch seinen Sohn so ein bisschen auch das Gefühl, wie die Jugend tickt, sag ich mal, wie man mit denen umzugehen hat. Das hast du dann auch so ein bisschen in der Wortwahl gemerkt. Dass er die Jungs auch entsprechend abgeholt hat. Das war jetzt nicht so ein typisches Interview. Die Jungs haben dann halt Fragen gestellt, der hat darauf geantwortet, sondern der hat immer ein Lächeln im Gesicht gehabt, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, hat den Jungs, glaube ich, auch so ein bisschen die Anspannung genommen. Und da waren tatsächlich so ein paar Leute, die auch Podcast-Format hätten. Also da waren so ein paar Jungs, die da auch gute Fragen und interessante Fragen gestellt haben. Also ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, wenn wir irgendwann ein paar Jährchen sagen, wir machen den Quatsch nicht mehr. Also ich glaube, da gibt es genug da draußen, die das genauso gut machen könnten. Ja, spannend. Dann hast du ja, glaube ich, auch ohne mich einen torreichen Sonntag erlebt. Und dann ging es ja auch schon weiter. Hundert Kilometer, weiß nicht, wie viele Kilometer das sind nach Frankfurt, knapp 600 oder so, keine Ahnung, in den Süden, wo Hansa dann um 18 Uhr auf den Sonntag, beste Anstoßzeit, ja, bis es vor Frankfurt gastiert hat. Ja, also ich glaube, das Spiel war fußballerisch auf jeden Fall von unserer Seite kein Leckerbissen. Also das war gerade erste Halbzeit sehr, sehr dünn, sehr, sehr mau. Klar, Pokal, eigene Gesetze. Frankfurt hat Bock gehabt, die waren motiviert bis in die Zehenspitzen. Aber nichtsdestotrotz, ja, hätte ich mir da, glaube ich, vom Gefühl doch schon einen dominanteren Auftritt gewünscht. Gerade so auch in der ersten Halbzeit, ja, dann ein bisschen doof gelaufen mit der Verletzung von Oli Hüsing. Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwas gelesen? Gibt es da schon eine Diagnose seitens Hamtauer? Ja, der hat sich irgendwie am hinteren Oberschenkel gefasst. Also es war ja, glaube ich, auch ohne Gegeneinwirkung. Ist ja so ein bisschen im, ja, das war ja nicht mal ein Sprint, so ein bisschen im Auslaufen hat er sich an den hinteren Oberschenkel gefasst. Das wird wahrscheinlich wieder was muskuläres sein. Sowas ähnliches hatte, glaube Rossi, entweder Ende zweiter Halbzeit oder irgendwann in der Verlängerung. Da dachte ich, uiuiui, wenn der jetzt auch noch raus muss. Ich weiß gar nicht, wie oft wir da schon gewechselt hatten. Ich glaube, Temperaturen waren ja auch krass, ne? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch wieder so an die 30, 28 Grad, ja. Und was du auch angesprochen hast, also mir ist auch aufgefallen, dass Frankfurt im Fußballjargon, würde man sagen, sehr juckig war. Also da war richtig Feuer drin. Also auch da waren so ein paar Aktionen, auch am Ende auch das Tor von Bühler, wie es gefallen ist, ne? War ja auch ein Frankfurter Verletz, der dann da am 16er lag. Wir haben weitergespielt. Da gab es da vorher auch schon ein, zwei Situationen, auch als Spieler von uns auf dem Boden lagen. Da wurde da jetzt nicht sofort irgendwie der Balance ausgeschossen, aus Fairplay-Gründen. Ja, die haben Bock gehabt, die Jungs. Aber ich meine, klar, in so einem Pokalspiel, du hast eine große Bühne, du willst dich präsentieren und hast einen großen Zweitligisten irgendwie am Start. Tabellenführer der 2. Bundesliga. Tabellenführer der 2. Bundesliga. Ich wollte es nicht sagen, aber genau, das ist es. Ja, war schon krass. Ich fand, die ersten 20 Minuten waren wir gar nicht drin. Wir waren nachher so ein bisschen besser. Ich glaube, die beste Chance in der ersten Halbzeit war das eine Ding von Zing, glaube ich, da, wo er aus relativ kurzer Distanz... Mit der Fußspitze, glaube ich, ne? Genau, genau. Aber ansonsten fand ich, war das erste Halbzeit echt mau. Und das Gegentor da, dieser Bauern-Trick oder was das da war nach einer Ecke, das ging natürlich viel zu einfach. Also klar, es war ja dann auch nicht direkt, sondern so ein Abpraller, ich glaube, von Rossi, der den irgendwie klären wollte. Und dann, ja, rutschte er ein paar Zentimeter in die falsche Richtung. Und dann schießt der McLemore, oder wie der hieß. McLemore. McLemore, ja, genau. Der Rapper ist das, glaube ich. Ja, das war bitter. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt liegst du wieder 1-0 hinten. Jetzt wird es schwer. So ein bisschen Lübeck-Vibes bekommen. Ja, und dann war die zweite Halbzeit natürlich eine ganz andere. Da haben wir nach vorne gespielt. Da haben wir viel offensiver gespielt. Ich glaube, ein wichtiger Faktor aus meiner Sicht, kann sehr gerne mal deine Meinung sagen, war auch die Einwechslung von Perea, der da wirklich nochmal Dampf gemacht hat, auch ein spielerisches Element reingebracht hat, dass wir jetzt nicht nur über Flanken gegangen sind, sondern auch ein bisschen mehr versucht haben, Fußball zu spielen. Obwohl, ja, ich glaube, der fußballerische Ansatz dann auch ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, oder? Ich meine, es ist ein Pokalspiel auch. Liegst 1-0 hinten, dass du da nicht mehr glänzt. Die sind ja ewig angelaufen. Also ich glaube, dann ab, weiß ich nicht, vielleicht der 55. Minute hast du ja auch gemerkt, dass bei Frankfurt so ein bisschen die Kräfte schinden. Die sind, glaube ich, auch krasses Tempo gegangen, erste Halbzeit. Und was ich jetzt die letzten Wochen schon gemerkt habe, Alois Schwarz wechselt halt auch extrem offensiv. Ich will da jetzt nicht irgendwie auf Härtel oder wen auch immer rumreiten, aber ich finde es gut, dass er da jetzt nicht irgendwie anfängt. Gut, so viele defensive Spiele hatten wir am Ende auch nicht. Gut, Van der Werf musste ja schon recht früh rein, Strauß war ja noch draußen. Dann hast du natürlich mit Simon Rhein nochmal einen zentralen Spieler, aber dass er dann auch keine Angst hat. Ich meine, wovor willst du denn Angst? Du hast gegen Regionalligisten gespielt. Also wenn du da anfängst, beim Einzelrückstand irgendwelche Defensivspieler einzuwechseln, dann weiß ich nicht. Während die Fans sicherlich, die alle mitgereist sind, sind auch ungeduldig geworden. Aber ich finde es, dass er auch ziemlich früh auch wechselt. Also er fängt dann nicht an, irgendwie bis zur 80. Minute zu warten. Ist vielleicht in der Liga nochmal was anderes. Dann nimmst du gegen guten Gegner auch gerade auswärts vielleicht einen Punkt mit. Aber dass er wirklich sagt, okay, 60. Minute, frischer Wind, ist nicht vorne, harmoniert das nicht so. Da kommen eben neue Jungs rein. Du hast halt irgendwann gemerkt, dass wir zumindest ja läuferisch und auch von der Fitness her stärker waren. Und hast du ein Tor in der Luft gesehen? Sage ich jetzt mal. Also ich bin der Meinung, das war wieder so ein Spiel, man hätte, glaube ich, ewig spielen können. Aber das Tor war dann ja doch schon ein bisschen glücklich. Zufällig auch. Also was Präher da mit der Hacke macht, ist natürlich geil. Aber da lag ja, glaube ich, war das sogar dieser McLemore oder so? Ich weiß es gar nicht. Genau, der musste dann verletzt raus. Ja, genau. Der lag dann da ja schon auf dem Boden, was natürlich die Eintrittskarte für Güler denn war. Nochmal einen Haken zu machen, nach innen zu ziehen, macht er dann gut. Wirklich in Stürmermanier, kann man sagen. Aber ich gebe dir recht. Also klar, wir hatten natürlich schon ein paar Chancen. Ich kann mich an den Freistoß erinnern aus einer Halbposition, glaube ich, der dann auch relativ knapp am langen Pfosten vorbeigesegelt ist. Ossipal, glaube ich, ja. Genau, ich glaube, Singh hatte noch eine Ecke an die Latte oder so. Es waren schon so drei, vier Möglichkeiten, wo du sagen kannst, okay, da kann oder sollte auch einer davon reingehen. Aber ich gebe dir recht, so diese wirklich tausendprozentigen hatten wir, glaube ich, nicht. Deswegen umso befreiender das 1 zu 1. Verlängerung, glaube ich, kann man sich klemmen. Da war ja dann doch relativ tote Hose, sodass du halt relativ bewusst bist. Wobei der Hansa, glaube ich, schon ein bisschen drauf und dran war, da den Deckel zuzumachen. Ich glaube, Frank war froh, dass sie, also die waren nicht froh, dass sie in der Verlängerung waren. Die hätten das Ding wahrscheinlich gerne an 90 Minuten gewonnen und keinen mehr gefressen. Aber Hansa hat dann doch versucht, das Elfmeterschießen zu vermeiden, weil, ja, das ist halt, jetzt kannst du wieder zwei Euro ins Phrasenschweilen reinwerfen, ist halt wirklich Lotterie. Bloß, wenn du natürlich so einen überragenden Mann wie Keuge hinten drin hast, also gerade, wenn man vielleicht nicht im Stadion ist und ein bisschen in Ruhe auf der Couch dann gucken kann, man sieht dann manchmal schon vorher an, wenn halt ein Spieler anläuft, mit welcher Körpersprache und wenn natürlich der Torwart da so ein bisschen was hat, meint er, der ist irgendwie kurz vorher pinkeln gegangen und hat nochmal einen Kaffee getrunken. Ja, kann es natürlich machen, dass du natürlich da mit Keuge jemanden hast, der auch eine gewisse Ausstrahlung hat und wenn du 120 Minuten marschiert bist und das Tempo nicht gewohnt bist und so ein bisschen auch das 1-1 im Hinterkopf hast, die Elfmeter waren, also unsere waren heftig geschossen, finde ich, also Güler hat geschossen, Bachmann hat den Ersten gemacht, Schocken. Ja, das ist wirklich auch gerade Bachmann, Güler und Rossipal hat den einen unten reingeschweißt. Also die waren ja eingeschweißt, also da hatte der Torwart von Frankfurt gar keine Chance gehabt, also ich will nicht sagen, Kolle hat die mit der Mütze gehalten, aber ich glaube, die waren schon ein bisschen dankbarer für den Torwart, teilweise halb hoch, fischte halt alle weg, das ist schon Wahnsinn. Da siehst du halt auch mal wieder, wie wichtig so eine Krake im Tor ist, also gerade im Pokal, der hat es ja jetzt in Elvesberg auch schon gezeigt, da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, auf den Wahnsinn, und ich glaube, da wurde jetzt auch alles schon zugesagt, was die letzten Wochen oder die letzten Tage da abging, zwecks Elvesberg, um es abzuschließen. Wir sind eine Runde weiter, Kolke hat da wirklich, ja, mal wieder eine Meisterleistung aufs Parkett gezaubert und ich bin echt gespannt, wen wir in der nächsten Runde bekommen, vielleicht auch irgendwie eine geile Auswärtsfahrt oder so, vielleicht einen Gegner, den du normalerweise in der Liga nicht hast. Hast du einen Favoriten beziehungsweise hast du einen Gegner, wo du sagst, da hättest du Bock drauf, da würdest du nochmal einen Urlaubstag einreichen und da fahren wir hin? Ich glaube, viel wichtiger wäre, also ich habe auch mitbekommen, jetzt für das Erreichen der zweiten Runde gibt es ja irgendwie 400.000, das ist nochmal eine Stange Geld. Ich glaube, für Hansa jetzt auch in unserer Situation wäre es einfach wichtig, dass man halt einen Gegner bekommt, gegen den man wirklich, also klar, im Pokal hat man gefühlt gegen jeden mal eine Chance an einem guten Tag, aber dass wir vielleicht so wie vorletzte Saison, letzte Saison war es dann nicht so überragend, gleich erste Runde ausgeschieden, aber die Saison davor sind wir, glaube ich, bis Leipzig dann gekommen. Achselfinale, Achselfinale, genau. Ja, sowas schmeckt dann natürlich und wenn du da nochmal irgendwie einen coolen Bundesligisten bekommst, vielleicht nicht unbedingt Leipzig, das wäre natürlich nice und hast du generell so ein bisschen das Pokalwochenende mitbekommen? Also ich habe zwischendurch mal geschaut, gestern auch das Abendspiel Osnabrück gegen Köln, hast du vom Wochenende was mitbekommen? Also es gab ja wieder so ein paar Überraschungen. Ja, was natürlich krass war, war auf jeden Fall, dass Augsburg gegen Haching verloren hat, also klar, ich glaube, dritte Liga gegen erste Liga, ja, aber trotz alledem, siehst du halt wieder, dass dritte Liga jetzt irgendwie auch kein Kindergeburtstag ist, die können alle kicken, auch die Regionalligisten sind alle irgendwie im Saft. Aber fandest du nicht Homburg noch krasser? Homburg gegen Darmstadt war das, ne? 3-0. Ja, das war krass, aber ich finde, das ist wieder so dieses Phänomen gewesen, Darmstadt musste natürlich ein bisschen mehr das Spiel machen und Darmstadt ist auch eine Mannschaft, die ja auch ein bisschen mehr über Umschaltspiel kommt. Gerade der Bundesliga wird es halt auch nicht anders gehen, da wirst du, glaube ich, vielleicht mal gegen Heidenheim erleben, dass Darmstadt irgendwie versucht, mit ein bisschen mehr Ballbesitz zu agieren. Da hast du halt wirklich eklatant gesehen, okay, wenn du dann irgendwie keine Absicherung hinten hast, ich glaube, das dritte Tor war dann auch symbolisch, das 3-0 von Homburg, wie sie denn da ausgekontert worden sind. War krass, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das 3-0 von Homburg war echt krass. Aber Homburg hat ja auch übelst die Truppe gehabt da mit Mändler und so weiter. Das ist wieder so ein Regionalligist, der da wahrscheinlich ein bisschen Kohle übrig hat und sich so ein paar Jungs zusammengetrommelt hat. Das finde ich immer krass. Also ich gucke manchmal so Regionalligen durch oder jetzt im Pokal, wenn mal so ein Regionalligist in Bundesligisten schlägt oder in Zweitligisten. Da siehst du halt ganz auf, dass da halt Jungs dabei sind, die normalerweise oder auch vor ein paar Jahren nicht Regionalliga gespielt haben, sondern teilweise zweite oder dritte Liga. Das ist dann immer... Absolut. Aber weil du jetzt auch gerade das Darmstadt-Beispiel angesprochen hast und wir sind ja eigentlich auch so eine Mannschaft, wenn du dir die Spiele anguckst gegen Nürnberg oder gegen Elvesberg. Also wir lieben es ja auch, dass du als FC Hansa halt weniger den Ball hast, sondern wirklich eher dich aufs Umschaltspiel, aufs Konterspiel fokussieren kannst. Und deswegen war das jetzt auch spannend in Frankfurt, dass wir da irgendwie, ich glaube 65 Prozent Ballbesitz hatten. Einfach mal zu sehen, okay, wie agieren wir mit dem Ball? Wie kreativ sind wir vorne? Wie viele Räume schaffst du? Und ja, ich finde, da hast du es auch wieder gemerkt, dass wir wirklich eher eine Mannschaft sind, die dann doch wirklich mehr über den Umschaltfußball kommt und dem Gegner dann doch lieber den Ball überlässt. Ansonsten, glaube ich, Überraschungen kann man auch sagen, Viktoria Köln gegen Werder Bremen. Bremen ist ja auch so ein Phänomen, was so die erste Runde angeht. Ich weiß auch gar nicht, wie oft die da jetzt in den letzten Jahren gescheitert sind. Auf jeden Fall das ein oder andere Mal. Ja, waren sonst noch Überraschungen dabei? Ich überlege gerade, Bremen verloren. Nee, Hertha ist weitergekommen, Union souverägen gewonnen. Ja, ich glaube, so ein, zwei kleine Hannover im Elfmeterschießen, aber ich finde, so zweite, dritte Liga, ja. Das ist, also an einem guten Tag ist das halt gefühlt im Duell auf Augenhöhe. Ich glaube, so richtige Überraschungen sind es halt wirklich, wenn Amateurvereine, teilweise in Oberliga, wobei das kommt, glaube ich, super selten vor, wenn, dann sind es Regionalligisten. Es ist immer wieder krass, du hast halt immer diese ein, zwei, drei Bundesligisten, die Augsburg, glaube ich, auch Klassiker, die da gerne mal rausfliegen. Hannover ist unser, unser nächster Gegner. Mal sehen. Also ich, ist natürlich schwierig zu sagen jetzt im Vorfeld. Das Problem ist halt, glaube ich, du musst die Euphorie so ein bisschen, so ein bisschen bremsen. Wir haben jetzt zwar sechs Punkte geholt, aber Hannover hat, glaube ich, zwei geholt, zwei Mal unentschieden gespielt. Boah, schwierige Kiste. Ja, einmal Elversberg und Nürnberg, ne? Ich glaube, eins gedreht und das andere aus der Hand gegeben, glaube ich, ne? Ja, genau. In Nürnberg haben sie ja 2-0, glaube ich, geführt und genau, zu Hause gegen Elversberg haben sie 2-0 hinten gelegen und das dann jeweils noch zu einem Unentschieden laufen lassen. Und, boah, also ich weiß nicht, was dein Gefühl sagt. Ich glaube, Hannover wird jetzt nicht mit der breitesten Brust kommen, aber auf jeden Fall auch einige gefährliche Jungs da am Start. Louis Schaub, Teuchert, auf jeden Fall dürfen wir keine Elfmeter verursachen. Teuchert ist vom Punkt da auf jeden Fall, glaube ich, so mit der sicherste Schatz. Aber wir haben noch Keuke, Mensch, das... Stimmt, stimmt, also können wir ruhig ein paar verursachen, genau. Ne, ansonsten, boah, weiß ich nicht. Also könnte ein klassisches Unentschieden-Spiel werden. Ich hoffe natürlich, dass wir das irgendwie wieder ziehen, dass wir dann... Ich nehme auch gerne ein dreckiges 1-0. Tresoldi ist ein spannender Spieler bei Hannover, junger Spieler, der jetzt, glaube ich, so vor Harvard Nielsen so ein bisschen die Nase vorne hat. Ich glaube, auch so ein bisschen verletzungsbedingt, weil der jetzt irgendwie im letzten Spiel gegen... War das Elfersberg zu Hause oder Nürnberg sich da irgendwie verletzt hatte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Tresoldi ist spannend. Echt ein guter, junger Kicker, der da echt bei Hannover so ein bisschen, ja, frischen Wind reinbringt. Aber ansonsten, glaube ich, ja, haben wir eine breite Brust. Wir sind im Pokal weitergekommen. Wir haben die beiden Ligaspiele gewonnen. Eigentlich dürfte da... Aber ich glaube, unser Vorteil ist halt auch, dass Hannover sowohl offensiv als auch defensiv jetzt nicht unbedingt sattelfest ist. Das ist jetzt wie keine Truppe, die, weiß ich nicht, jetzt dreimal zu Null gespielt hat beziehungsweise vorne da alles kurz und klein geschossen hat. Ich glaube, da wirken wir zumindest ein bisschen stabiler. Zumindest mein Eindruck, auch wenn wir natürlich jetzt spielerisch nicht glänzen, aber am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Beispiel Eversberg, die haben vielleicht jetzt richtig gut gespielt, als Aufsteiger auch und haben, glaube ich, ein oder zwei Punkte auf dem Konto. Ja, den einen in Hannover, genau, gegen uns verloren und den einen halt in Hannover, wo sie da eigentlich drei hätten haben müssen. Und wir haben sechs. Und wichtig ist, glaube ich, dass wir auch eine gewisse Serie mal starten. Die muss ja nicht immer so sein, dass man jetzt alles gewinnt, aber zumindest jetzt nicht ja jetzt wieder in so ein kleines Loch dann entsprechend fällt, weil, sag mal, je länger die Saison dauert, umso mehr sind die Mannschaften noch eingespielt. Deswegen ist, glaube ich, für uns super wichtig, dass wir jetzt ein bisschen diese Phase nutzen, dass einige Mannschaften in der Findungsphase sind und vielleicht noch nicht so das Potenzial anrufen, abrufen, was sie halt wahrscheinlich normalerweise ab Mitte der Hinrunde oder Ende der Hinrunde, wie auch immer, dann aufs Parkett legen. Und die Aufgaben wären ja nicht einfacher. Ich glaube, dann haben wir Osnabrück und HSV. Mit Osnabrück gibt es ein Wiedersehen mit John Paul. Ich habe die gestern gesehen, auch eine gute Truppe mit Schweinsteiger als Trainer. Haben, glaube ich, gerade in der letzten Saison, auch wenn die ein, zwei Jungs verloren haben, haben die offensiv auf jeden Fall Qualitäten, auch mit dem Ex-Hanseaten Engelhardt, mit Niemann vorne. Also da ist auch richtig mit Otschivried, da ist gut Tempo, gut Freezes auch, spielen auch einen vernünftigen Ball und HSV ist ja so der Aufstiegs-Favorit Nummer eins. Zumindest sagen sie es ja auch selber und werden, glaube ich, auch von Vieren so gesehen. Ja, ich bin auf Osnabrück richtig gespannt. Gerade Engelhardt, finde ich, hat eine sehr gute Entwicklung genommen, gerade jetzt im Aufstiegsjahr auch, sich zu einem, ja, etablierten Spieler im Team entwickelt und ich fand ihn damals bei uns gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wenig Einsatzzeiten bekommen. Hat er super Pech mit Verletzungen, hatte sich da auch, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Das ist natürlich immer sehr bitter, gerade wenn man neu dazu kommt, als junger Spieler auch. Hat relativ wenig Zeiten gehabt bei Hansa, aber ansonsten, Johnny wird natürlich spannend. Ob er Johnny denn vielleicht gegen uns irgendwie von Beginn an spielen lässt, bin ich sehr gespannt, weil er jetzt die letzten Spiele ja, glaube ich, immer nur als Schoker eingewechselt worden ist und ich habe eigentlich, wenn man es so will, wir haben jetzt sechs Punkte und du hast jetzt zwei Heimspiele, da wäre es schon cool, wenn du irgendwie vier Punkte aus den beiden Spielen holst. Ich glaube nicht, dass wir beide gewinnen. Wäre natürlich krass, wenn es so wäre, aber man muss ja irgendwo immer so ein bisschen realistisch bleiben und wir haben jetzt in den beiden Spielen auch nicht irgendwie fußballerisch geglänzt, sondern hatten halt auch viel, viel Glück, gerade in der Elvesberg. Ja, und du hast es gerade gesagt, HSV auswärts, letztes Jahr natürlich mit dem Tor von Schumacher da in der 90. Minute, Ekstase pur, Emotion pur, Wahnsinn. Ob es dieses Jahr wiederholbar ist, was sagt dein Gefühl? Ich glaube nicht, oder? Also ich glaube, Hamburg hat da auch so ein bisschen die Lehren daraus gezogen. Wobei man sagen muss, ich glaube, HSV muss, also die müssen erst diese Spiele ziehen, wir können sie oder sollten sie ziehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein feiner Unterschied und spielt uns auf jeden Fall mehr in die Karten. Ja, aber da sind ja die Spiele oder am Ende dann auch die Spieler, an denen wir uns so ein bisschen messen wollen. Ich will nicht sagen, das sind Bonusspiele, aber ich glaube, wir haben uns auch mit Rossi ein bisschen darüber unterhalten, welche Spiele freut man sich. Das ist halt nochmal gegen Hamburg, Lautern und so weiter. Was mir so ein bisschen auf der Seele brennt, also jetzt hat sich, glaube ich, irgendwie eine Startelf, glaube ich, etabliert. Zumindest hat man so den Eindruck, gut, die Dreierkette gegen Nürnberg bestand da jetzt nicht lange, gut, Hüsing jetzt wieder verletzt, Van der Werft hat sich jetzt, glaube ich, reingespielt, aber ich glaube, alles, was ab dem Mittelfeld dann kommt, ist ja eigentlich schon fest, oder? Also wünschst du dir da noch einen Spieler rein? Ist das auch in deinen Augen so, die sinnvolle Aufstellung oder bist du da doch ein bisschen überrascht? Ja, also ich finde, Mittelfeld haben wir natürlich ein Überangebot. Du siehst es ja auch daran, dass Simon Rhein zum Beispiel, der die letzten Jahre ja schon wichtig für Hansa war, auf der Bank sitzt. Gut, jetzt ist kein Zombie verletzt. Das ist so ein Spielertyp, den ich gerne noch, ja, häufig bei der Cogge sehen will, weil er einfach irgendwo auch ein bisschen Dynamik und ein bisschen Tempo reinbringt und einfach unser Angriffsspiel noch unberechenbarer macht. Ansonsten habe ich jetzt, wenn du jetzt auf einen Transfer oder so anspielst, jetzt keinen Wunsch mehr. Nee, gar nicht, gar nicht. Also weil wir einfach den großen Kader haben und du eigentlich mehrere Möglichkeiten hättest. Fröhling hat jetzt mal angefangen, jetzt hat Zing mal angefangen. Ich glaube so, das zentrale Mittelfeld mit Dressel und Bachmann, die sind ja jetzt mehr oder weniger gesetzt, außer da ist einer mal gesperrt oder wie auch immer oder kränkelt mal rum. Ich glaube, die Dreierkette, klar, jetzt haben wir so ein bisschen Verletzungsbech bei Olli Hüsing, aber wird sich jetzt mit Rossi-Pay, Rossbach und Van der Werft wahrscheinlich auch so einspielen. Schumacher dann links über außen, Strauß ist jetzt ein bisschen raus wieder. War zu erwarten für dich? Also du warst ja auch positiv überrascht von ihm. Naja, also ich habe eigentlich gedacht, dass er jetzt, vielleicht war es auch irgendwie eine Vorsichtsmaßnahme, was heißt Vorsichtsmaßnahme, vielleicht haben sie ihn auch geschont, keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass Strauß... Nee, ich glaube dadurch, dass Hüsing jetzt wieder fit ist, Neid hat auf rechts außen, bin ich, also war für mich jetzt logisch eigentlich. Okay, ich glaube schon, dass Strauß im nächsten Halbspiel anfängt. Ich fand die beiden Partien echt ordentlich, die er gemacht hat und ich muss sagen, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, welche Position, ich würde wenn eher sagen, dass wir außen vielleicht noch ein bisschen Potenzial haben, es ist dann doch sehr, ja, sehr berechenbar, wie wir außen quasi spielen mit Schumacher, der sich immer reinhaut, der wirklich immer Meter macht, was super wichtig ist, also am Einsatz liegt es auf jeden Fall nicht, aber da würde ich mir halt noch so ein bisschen mehr Variabilität wünschen und auch gerade die Flanken. Gut, wir haben jetzt halt auch keinen klassischen 1,99 Mittelstürmer vorne drin, Perea ist ja jetzt auch kein Riese, Ingelsson ist glaube ich ein bisschen größer, aber das hat ja bis jetzt auch noch nicht so funktioniert mit den Flanken, da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen variabler auch in der Boxbesetzung spielen, weil er dann doch Perea kam jetzt ja auch, gut, der ist noch nicht lange da, aber den habe ich zumindest jetzt gegen Frankfurt auch in der Startelf gesehen, ist ja auch spannend, also vorne denn jetzt mit Ingelsson und Pröger, Pröding ist auch immer ein Kandidat, kam jetzt auch öfter auch von der Bank oder hat auch mal angefangen, das heißt vorne hast ja auch nochmal irgendwie so drei, vier, fast fünf Spieler, wen siehst du da so ein bisschen, also siehst du eher die Spitze Perea, Pröger, Ingelsson, Pröger, vielleicht doch Fröhling oder was sind so deine Ideen? Ja, ich glaube, dass Hansa ja mit dem Transfer dann doch schon so ein bisschen darauf hingearbeitet hat, irgendwann ja mit Perea und Pröger zu beginnen, aber mit Ingelsson hast du ja verlängert gehabt vor kurzer Zeit und ich glaube schon, dass Ingelsson erst mal nach wie vor das Vertrauen bekommt, Frage ist halt wie lange, ob es irgendwie noch ein, zwei Spiele sind oder ein paar mehr, wie auch immer, wir sind ja auch nicht bei jedem Training dabei, um das wirklich auch zu beurteilen, aber ich glaube, einen Perea hast du nicht geholt. So viele Sweat und Shirts haben wir ja gar nicht, ne? Ja, das stimmt auch. Das müssen wir einfach nur so beim Training vorbeischauen. Das können wir echt mal machen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne, und mal gucken, also ich bin echt gespannt. Ich finde, Ingelsson macht auch unwahrscheinlich viel für die Mannschaft, läuft viel, ackert viel, aber ist für mich eigentlich auch kein Torjäger vorne. Das ist so einer vielleicht, der nochmal den letzten Ball spielt, wie jetzt gegen Nürnberg auch, wo er Fröhling das Ding nochmal querlegt oder beziehungsweise den so durchsteckt. Ja, muss man schauen und gucken. Also ich glaube, dass es auf ja mittel- und langfristige Sicht dann doch eher auf Perea und auf Pröger hinausläuft. Ja, wir haben beim Training auch so ein bisschen gemerkt, dass Ruschke, glaube ich, vom Gefühl her gar nicht so weit weg ist, zumindest, also im Kader war er es ja schon ein paar Mal. Er ist natürlich jetzt super schwierig, ne? Es sind viele gestandene Spieler. Ich glaube, Rossi Paul hat sich jetzt eingespielt, Rossi sowieso. Dann hast du Van der Werft-Hüsing wird natürlich für Ruschke ist jetzt, glaube ich, kein klassischer Schienenspieler, so wie Herr Schumacher, dass du mal sagen kannst. Er ist, glaube ich, eher halb links für eine Viererkette oder ja, eben der linke Innenverteidiger in einer Dreierkette und da wird es zumindest für ihn jetzt super schwierig, ne? Jetzt hast du nicht mehr so dieses Landespokal-Wochenende, Mann, wo du sagen kannst, okay, ich glaube, wir sind nicht in der Position, das hast du gegen Frankfurt jetzt ja auch gesehen, dass du jetzt sagst, okay, gegen Regionalligisten können wir mal die ganze Mannschaft um. Und ich glaube, das war gegen Lübeck damals der Fall, oder? Haben wir da nicht irgendwie heftig rotiert und sind da mit einer Band aufgetreten und dann haben alle gesagt, Junge, Junge? Also wir haben auf jeden Fall einige Positionen verändert. Ich glaube, es war sogar das erste Spiel von Strauß letztes Jahr. Das war ja, also ja, um jetzt niemanden da irgendwie zu nahe zu treten, das war ja nicht nur von ihm, sondern halt von allen irgendwie. Ja, das war gar nichts. Das war ein bodenloses Spiel irgendwie. Wie du schon gesagt hast, man ist nicht in der Position, jetzt in einem Pokalspiel da irgendwie komplett sieben, acht Leute auszutauschen. Aber wir haben halt trotzdem noch eine zweite Mannschaft, die halt in der Regio zockt, morgen gegen Energie Korpus. Alle ins Ostseestadion. Deswegen glaube ich, dass das halt eine Möglichkeit ist, unter anderem eigentlich für einen Ruschko oder so, da wirklich Spielpraxis zu sammeln. Da, glaube ich, darf man gespannt sein, wen Schwarz dann wirklich im Laufe der Saison dort irgendwie noch die Möglichkeit gibt. In Koha zum Beispiel haben wir ja auch viel diskutiert. Ah, der muss spielen irgendwie, ne? Genau, der muss halt Spielpraxis sammeln, absolut, ja. Wir haben noch ein kleines Dankeschön auszurichten, Tobi. Willst du übernehmen oder soll ich? Ja, also erstmal ein großes Dankeschön nochmal an... Ein großes sogar, stimmt. Das ist ja gar kein kleines Dankeschön. Ein groß, ein groß kleines Dankeschön an Zierart auf jeden Fall für die für die coolen Klamotten. Das ist für uns eine Riesensache. Wir freuen uns da sehr drüber. Ich glaube, der ein oder andere Hörer hat sich da auch extrem drüber gefreut. hoffen wir zumindest und das Feedback war auf jeden Fall so. Also dafür nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Ja, und natürlich auch an Svenner von Cashel Company, ohne den wir wahrscheinlich die beiden Logos beziehungsweise das Logo, was ihr halt auch kennt, gar nicht am Start hätten. Also wirklich da ein dickes, dickes Dankeschön und vielleicht kommt da in Zukunft irgendwie nochmal was. Wie hat Svenner so schön gesagt, Hansa ist ja mehr als nur 90 Minuten. Jetzt hast du mir das vorweggenommen. Das wollte ich auch gerade sagen. Leute, das ist ein perfektes Schlusswort. Morgen alle zu den Ammers, Wochenende gegen Hannover ins Stadion. Ja, ich weiß nicht, ob wir es versprechen können, aber zumindest wird es in Zukunft natürlich auch weitere Folgen mit Gästen geben. Lasst euch da überraschen. In diesem Sinne, schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Hansa-Fans, alles hat ein Ende. Ach, ihr wisst schon. Ein dickes Dankeschön für euren Support in den letzten Wochen und Monaten. Ohne euch hätten wir die Folgen mit Rossi und Co. wahrscheinlich nie aufnehmen können. Falls ihr auch in Zukunft dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da, folgt uns auf den bekannten Plattformen, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Kirstengelaber, erfrischend ehrlich von der Ostsee. Kirstengelaber. Kirstengelaber. Kirstengelaber.